Wir sind hier in Regensburg, stehen vor einer der ältesten Gastwirtschaften des westlichen Universums. Wir werden diese jetzt betreten und bayerische Spezereien verköstigen. Ein bisschen was Leichtes halt, bin damit. So, können wir erkennen, wo wir jetzt angekommen sind. Gerd, wo sind wir? Wir sind hier im wunderschönen Bayernland, in Regensburg, im Schneidinger, einer altehrwürdigen Traditionsgratstätte, mit einem sensationellen Schweinebruch, sensationellen Fleischgericht im Allgemeinen, mit einem selbst getrauten Bier, berühmten Kneidinger-Touristen. Also, wenn ich jetzt jemandem Bayern irgendwas empfehlen müsste oder sollte, dann würde ich auf jeden Fall jedem Touristen und Reisenden, Bayernreisenden, dringlichst einen Besuch im Schneidinger, das Herz regnen. Ich filme jetzt einmal mal so ein bisschen auf den Laden, damit man mal so mitkriegt, was hier los ist. Die obligatorischen Rehgeweile sind das, oder? Das sind doch keine Hirschgeweile. Das sind doch keine Hirschgeweile. Das sind Rehgeweile. Ah, das schmeckt. Ja, das schmeckt, gell? Hier, die nächste Slut-Generation. Linus, schmeckt's? Linus, schmeckt's? Ja, gut schmeckt. Linus, der Untertrag, das schmeckt's? Ja, gut schmeckt's. Danke. Das sind wir nicht.